Du willst deinen Horizont erweitern? Mehr geht immer. Denn als einer der größten Tourismuskonzerne der Welt hat TUI nicht nur blaues Wasser und Sonnenschein zu bieten. Viele Reiseziele bedeuten eine große Vielfalt im Job. Wir arbeiten in einem sehr internationalen Umfeld. Bei meiner zuständigen Vertriebsstelle in Zentral- und Osteuropa komme ich jeden Tag mit unterschiedlichen Nationalitäten in Kontakt. Bei TUI entdeckst du nicht nur die schönsten Reiseziele, sondern lernst auch andere Kulturen kennen und hast unterschiedliche Jobmöglichkeiten. Das Beste daran, du lernst nicht nur welche Orte dich für deine nächste Reise begeistern, du hilfst vor allem auch anderen Menschen dabei, die schönste Zeit ihres Jahres zu verbringen. Ob Strand, Urwald oder Berge, mit TUI wirst du Vielfalts-Experte.